Ihr besucht gern Galerien und Museen? Dann haben wir drei perfekte Tipps aus den Städten des Südens für euch. In Ulm hat das Museum Die Einsteins, Museum einer Ulmer Familie, eröffnet. Die Ausstellung beleuchtet nicht nur das familiäre Umfeld des Nobelpreisträgers, sondern auch die Geschichte des Landjugendtums in Süddeutschland. Ein besonderer Ort der Erinnerungskultur, der nicht nur das Leben Albert Einsteins, sondern auch das Schicksal seiner Familie in den Fokus rückt. Der Hallenbau in Karlsruhe ist heute ein Zentrum für Kunst und Kultur. In den beeindruckenden Lichthöfen vereint er vier Kulturinstitutionen und 600 Jahre Kunstgeschichte. Von moderner Kunst in der städtischen Galerie bis zu interaktiven Ausstellungen im Zentrum für Kunst und Medien. Dieser Ort fasziniert mit seiner Vielfalt. Die Ausstellung The Hidden Land im Kunstgebäude Stuttgart entführt euch ins erste Jahrtausend. Über 1500 Originalfunde bringen die Ursprünge Baden-Württembergs zum Leben und Geschichtsinteressierte zum Staunen. Also, kommt vorbei und lasst euch überraschen von den Städten des Südens. Die Ausstellung The Ahh Wurr dy König Vielen Dank.